AdController.rendeik.atile8 Berlin, deutsche Presseagentur, minus ich freue mich auf das Baby, ihr habt fleißig wieder kommentiert, wirklich sehr schöne Namen, sagt Daniel Reate in ein Mikro während er vor seinem Computer sitzt. Punkt auf dem Bildschirm sieht man eine animierte Familie im Computerspiel die Sims. Ein Simulationsspiel in dem Schicksale und Szenarien aus dem wahren Leben nachgestellt werden können. Doch Daniel spielt nicht nur für sich all eine tausende Schauen im Dabeizupunkt. Sein YouTube-Kanal Simfans.de hat rund 157.000 Abonnenten. Diese Community bindet er in die Entscheidungen über die Spielverläufe ein. Das nennt sich Let's Play. Er fragt seine Zuschauer was als nächstes im Spiel passieren soll. Sein derzeitiger Lieblingshaushalt die Sims Familie Klee erwartet ein Baby. Jana für ein Mädchen und Jasen für einen Jungen werden in den Kommentaren vorgeschlagen. Interaktive Spiel das Konzept Let's Play kann recht lukrativ sein. Reate verdient unter anderem Geld mit geschaltete Werbung auf YouTube. Nach seinen Angaben haben die Videoaufrufe und die Zielgruppe Einfluss auf die Höhe des Verdienstes. Auch andere YouTuber haben dieses Modell für sich entdeckt. Die deutsche YouTuberin Simfinity hat um die 257.000 Abonnenten. Jenseits des deutschen Marktes dominiert die YouTuberin Lil Sim sie mit 154.000.000 Abos. Adcontroller.rende ikatile 4 Interaktivität spielt nach Angaben von Michael Bauer Professor für Gendesichen an der Macromedia Hochschule in Leipzig eine große Rolle bei den Let's Plays. Als Spieler kann ich entspannt zusehen ohne mich mit den Mikroentscheidungen und den Bedürfnissen der Sims abzumühen kann. Aber weil größere Entscheidungen mitbestimmen das mag für viele Zuseher seinen Anreiz haben. So Bauer.nahezu jeden Tag bringt Reate ein neues Video raus in dem er erklärt wie man Häuser baut. Der Spiele Tipps gibt neue Spielerweiterungen vorstellt oder eben das Schicksal seiner Sims gemeinsam mit seiner Community bestimmt. Ablenkung für Usern der derzeitigen Lage bestimmt von Ukraine Krieg und Corona schafft das für viele User auch Ablenkung. Das Spiel ist ja auch so ein Weg aus dem Alltag zu entfliehen, sagt Reate. Das zeigt sich auch in den Sims Geschichten die er mit seiner Community kreiert. Sie haben einen Hang zum extremen schräge Persönlichkeiten leben hier nebeneinander. Und der Drang nach Drama sei ein entscheidender Faktor in den Let's Plays. Es ist so ein Off und Ab wie halt in jedem Film oder in jeder Serie, beschreibt es Sims Spieler Reate. Simulationsspiele werden aber nicht nur gern angeschaut sondern auch viel selbst gespielt. Eine Studie des Branchenverbands Bitkom zeigt, dass Simulationsspiele im Corona Jahr den größten Nutzungszuwachs erlebten. Fast 4 von 10 Gimrinnen und Gammern in Deutschland hätten am Jahr 2021 zumindest gelegentlich Gims aus diesem Genre gespielt. Im Jahr 2020 seien es weniger als 3 von 10 gewesen. Punktart Kontroller Punktrende Ickartile 99 Nähe zum Publikum Den Hang zum dramatischen sieht auch gehen der sich ein Professor Bauer. Man kann hier sein eigenes Leben nachspielen oder aber das ausprobieren was man im realen Leben nicht machen würde, sagt er. Durch das Einbinden der Community in den Spielverlauf schafft der Spieler oder die Spielerin mehr Nähe zum Publikum. Es entsteht ein starkes Gemeinschaftsgefühl, erklärt Sebastian Klös-Bitkom-Bereichsleiter für Consumer Technology Punkt und das Spiel die Sims eignet sich nach Experteneinschätzung besonders gut zum Zuschauen. Die Inhalte seien lang aber hätten andererseits auch viel Leerlauf und erforderten daher nicht durchweg die volle Aufmerksamkeit zu Dominik mit Professor Fügemdesichen an der Mediadesichen Hochschule in München Punkt. Der Moment, dass er YouTuber ist und vor der Kamera mit dem Spielen Geld verdiene sei ihm eher unangenehm. Er müsse sich häufig rechtfertigen, sagt Reater. Kommentare wie du spielst den Tag und lebst davon müsse er sich gelegentlich anhören. Er selbst wisse aber was für eine Arbeit dahinter stecke. Schnittarbeit Recherche Grafikbearbeitung und Community Management machen das vermeintliche Spielen zu einem vollwertigen Beruf. So ist sein YouTube-Kanal immer mehr gewachsen vor allem zu Beginn der Pandemie. Hinter ihm steht mittlerweile sogar ein kleines Team. Er könne von dem Job als YouTuber und Medien-Designer gut leben, sagt Reater. Auch wenn für ihn das Spielen ein Beruf geworden ist vergeht ihm privat nicht die Lust daran. Es gibt für mich kein Privatspielen oder Öffentlich-Spielen. Das ist für mich dasselbe. AdController.rendeik.atile41 Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220401 99755 2252 Zwei. Zwei. Zwei.